wir haben oben im hauptgebäude einen müllraum und abwasserraum hier haben sie die möglichkeit restmüll und auch glasmüll zu entsorgen da wir hier nicht an die kanalisation angeschlossen sind haben sie die möglichkeit die wassertrollys in denen sich das abwasser der küche fängt mit hochzunehmen da sind kleine rollen dran das kann man über den weg hochziehen und oben im rechten teil im hinteren teil des müllraums befindet sich eine entleerungsstelle dort bitte die wasserbehälter entleeren vor der abreise